Willst du es nochmal? Ich will es nochmal. Du willst es doch nur, weil du es so geil findest, oder? Das merke ich immer an deinem dreckigen Grinsen. Hey, mein Name ist Nikolai und in diesem Video lernt ihr, wie ihr Sachen richtig einparkt, wie ihr mit dem Hubwagen umgeht und wie ihr mit dem Flightcase umzugehen habt. Oft müsst ihr bei Veranstaltungen zerbrechliche Sachen einpacken. Wie wir das machen, das zeige ich euch nun. Fangen wir an mit dem Packpapier. Es kann sein, dass ihr vor Ort auch einfach normales Zeitungspapier oder anderes Papier findet. Ihr nehmt eure Vase, nehmt euch irgendwie 1, 2, 3 Blätter des Packpapiers und wickelt diese ordentlich ein. Schlagt das um, steckt das so ein bisschen rein und schon habt ihr einen Schutz für das Glas und könnt es dann in die Kiste packen. Bei der Luftpolsterfolie das gleiche. Ihr nehmt euch ein bisschen Luftpolsterfolie zur Seite, nehmt euer Gefäß, was ihr einpacken möchtet und wickelt das einmal vorsichtig drunter. Schneidet vorsichtig die Luftpolsterfolie ab. Und nun wickelt ihr das Ganze ebenso wie die Vase etwas ein. Und in dem Fall bietet es sich an, klebt das Ganze ein bisschen zu, damit das nicht aufgeht. So, achtet darauf, manche Kisten sind beschriftet mit dem Inhalt der Kisten. Zum Beispiel steht da drauf Kabel. Dann guckt bitte, dass dort nur Kabel reinkommen. Es kann aber auch sein, dass es solche Mischkisten gibt, da kommen einfach verschiedene Dinge rein. Ganz wichtig hierbei, achtet immer darauf, dass ihr jeden Blatt so gut wie möglich ausnutzt. Und ganz wichtig ist, guckt immer darauf, dass ihr den Deckel schließen könnt. Das heißt, es sollte nichts hier oben raus stehen, weil so könnt ihr die Kisten später nicht aufeinander stapeln. Nun haben wir das Beispiel, wie wir es nicht machen sollen. Ihr seht eben, der Karton guckt oben raus. Und wir hätten jetzt Probleme beim Zumachen, dass wir das richtig zubekommen, dass die Kante hier ordentlich eingehalten worden ist. Deshalb ordentlich packen. Dann klappt ihr das Ganze dementsprechend dem Karton zu. Ihr könnt in dem Fall hier das hier so einhaken. Und dann nehmen wir unser Tool, was ihr aus dem anderen Video schon kennt, unseren Paketabroller. Ihr geht einmal hier dran, klebt das so fest, dann hält das und dann könnt ihr schon das Ganze hochziehen. Zieht das Ganze zu euch und versucht natürlich über die offene Naht hier drüber zu kleben. Zieht das einmal hier rüber, streicht nochmal fest und schon habt ihr in euren Karton verklebt. Kennt ihr das auch? Ihr wollt ein Kabel schnell verlegen und habt hier erstmal ordentlich Kabelsalat. Das ist echt nervig und kostet jede Menge Zeit. Damit sowas nicht passiert, zeige ich euch, wie ihr ein Kabel richtig aufrollt, damit ihr so ein Kabelsalat nicht mehr vor euch liegen habt. Beim richtigen Aufrollen eines Kabels gibt es ein paar Punkte zu beachten. Ihr nehmt euch das Kabel in die eine Hand und legt euch eine Schlaufe um die Hand rum. Und das macht ihr genauso immer weiter. Schlaufe für Schlaufe. Achtet dabei immer darauf, dass das Kabel sich nicht verknotet. Und das macht ihr so lange, bis das Kabel fertig aufgerollt ist. Wenn ihr nun das Kabel ordentlich zusammengerollt habt, gibt es noch zwei Punkte zu beachten. Die meisten Kabel im Veranstaltungsbereich haben so einen Klettverschluss, damit ihr das Kabel einmal komplett zumachen könnt. Achtet dabei auch immer darauf, dass die Enden der Kabel nicht hier so lose runterhängen, sondern damit diese auch eben zusammen sind. Und guckt, dass ihr das dann eben zusammengepackt mit dem Klett einmal hier drum zieht. Und schon könnt ihr das Ganze zumachen und habt ein sauber aufgerolltes Kabel, das ihr nun ordentlich verräumen könnt. Hier haben wir einen Rollerbanner und um den aufzubauen, öffnen wir erstmal das Case und holen den Banner raus. Dann kommt euch jetzt hier so eine Metallkiste entgegen und ihr habt hier hinten drin so eine Metallstange. Die packt ihr erstmal raus, legt ihn zur Seite. Dann haben die Banner manchmal zwei, manchmal aber auch so wie hier nur ein Fuß. Den dreht ihr einmal hier rum. Jetzt seht ihr, habt ihr hier hinten noch so ein Loch. Da kommt das Gestänge dann gleich rein. Ihr stellt also den Rollerbanner auf den Boden. Nehmt euch das Gestänge, faltet das auseinander oder beziehungsweise zusammen. Und achtet darauf, es gibt manchmal einen oben und einen unten. In dem Fall wäre das jetzt hier oben mit dem Plastikaufsatz drauf. Dann nehmt ihr die untere Seite und könnt das erstmal so reinstecken. Nun nehmt ihr den Rollerbanner und zieht diesen vorsichtig hier raus. Und jetzt seht ihr, wenn man groß genug ist, kann man das einfach auch so draufsetzen. Und schon ist unser Rollerbanner aufgebaut. Wenn ihr kleiner seid und nicht ganz oben rankommt, gibt es noch diese Möglichkeit. Ihr könnt euch den Rollerbanner etwas hochziehen, soweit wie ihr könnt. Setzt dann den Stab ein. Mit dem Stab könnt ihr das Ganze hochschieben und setzt das dann einfach unten in das Loch ein. So, das Event ist mal wieder vorbei. Nun heißt es, Rollerbanner bitte abbauen. Dazu holt euch, wie auch schon bei den Möbeln, das Case dazu. Legt euch das schon mal passend hin. Ihr nehmt den Rollerbanner. Entweder nehmt ihr, wenn ihr groß genug seid, das einfach runter und lasst es vorsichtig runterrollen. Oder aber, der Banner ist größer oder ihr seid zu klein, auch hier wieder einfach mit dem Stab rausziehen. Und dann auch vorsichtig runterlassen, sodass ihr mit der Hand rangehen könnt. Und den auch wieder vorsichtig in das Case reinziehen lassen. Als nächstes nehmt ihr die Stange, baut diese wieder auseinander. Nehmt den Banner, dreht den Fuß wieder gerade. Nehmt das Gestänge, steckt es wieder in die Halterung rein. Wenn ihr euren Rollerbanner so wieder fertig habt, achtet darauf, dass ihr den richtigen Banner auch wieder in das richtige Case packt. Legt den da rein. Reißverschluss zu. Und nun ist euer Rollerbanner fertig abgebaut. Diese schwarze Kiste hier wird Flight Case genannt. In so einem Flight Case sind oft hochwertige Sachen drin, wie Monitore, Speaker, Lampen. Es kann aber auch ganz normale Sachen drin sein. So ein Case ist mega praktisch, weil es sich das super bewegen lässt, weil es nämlich hier solche Rollen hat. Ebenso ist so ein Case natürlich auch super, weil es die Sachen drin wunderbar schützt. Bei dem Flight Case haben wir hier so einen ganz typischen Verschluss. Ihr klappt den Flügel hoch, dreht es zum Öffnen nach links. Und zum Schließen zieht ihr das Ganze wieder einfach nach rechts und klappt den Flügel runter. Ihr habt meistens zwei oder auch vier Scharniere an beiden Seiten dann nochmal. In dem Fall haben wir nur zwei, weil wir dieses Case hier aufklappen können. Es gibt auch manchmal noch so Einlegeböden, wo ihr euch so Fächer unterteilen könnt. Die sehen aber innen drin immer anders aus. Wenn ihr so ein Case bewegen wollt, achtet immer darauf, dass ihr vorher die Bremsen löst. Oft ist auf dem Case oben drauf eine Beschriftung, entweder auf dem Feld hier oder auch solche Schilder. Auf den Schildern seht ihr die Position. Hier zum Beispiel Stage 1, C2 und den Inhalt, was im Case drin ist. Wenn ihr das richtig gelesen habt, nehmt ihr das Case vom LKW oder von der Position, wo es steht. Nehmt das Case, schiebt es dorthin, wo ihr die Markierung Stage 1 findet. Parkt es dort in der Position und vergesst natürlich auch hier nicht, die Bremsen wieder anzuziehen. Da bei Veranstaltungen oft die Materialien per LKW angeliefert werden, zeige ich euch nun, wie ihr dem Logistiker helft und wie ihr ordentlich eine Europalette packt. Und zwar nehmt ihr die Kartons oder die Kisten und setzt sie auf Kante. Das heißt, ihr solltet nicht drüber stehen, weil sonst kann später der LKW-Fahrer nicht die Paletten Stoß an Stoß stellen. Das Ganze ist ein bisschen wie Tetris spielen. Ihr müsst gucken, wie ihr am besten die Palette vollgestellt kriegt. Wenn ihr eure Palette dann fertig gepackt habt, ungefähr so wie hier, dann könnt ihr anfangen, diese einzufolieren. Das Folieren ist deshalb da, damit ihr seht ja, die Kartons sind jetzt hier nicht so ganz feste drauf. Wenn die bewegt werden, würden die runterfallen. Deshalb nehmen wir unsere Folie, nehmt euch ein Stückchen Folie ab, ungefähr so wie hier. Und geht dann unter den Paletten Fuß durch und verknotet das hier etwas leicht zusammen. Und nun könnt ihr anfangen, das Ganze abzurollen und achtet immer ganz am Anfang, dass ihr ganz unten auch auf den Ecken drauf seid. Und nun geht ihr immer schön um die Palette rum und bei jeder Ecke geht ihr ein bisschen auf Zug, damit das Ganze auch stabil bleibt. Nun kann sein, dass ihr auch mal schlechtes Wetter habt bei der Veranstaltung. Da empfiehlt es sich, die Palette auch oben einmal etwas zuzufolieren. Und wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr einfach an einer Ecke das Ganze etwas stärker ziehen, bis die Folie abreißt und schon habt ihr eure Euro-Palette prima eingewickelt. Die Palette ist nun ordentlich aufgebaut und richtig einfoliert. Nun kommen wir zu einem Teil, wie ich die Euro-Palette bewege. Dazu nehmen wir unseren Hubwagen. Das ist unser Hubwagen, auch bekannt als Ameise oder Mule. Ihr habt hier einen Hebel, den man in drei Positionen schieben kann. Einmal nach unten, einmal in die Neutralstellung und einmal nach oben ziehen. Wenn ihr den Hebel nach unten gedrückt habt, könnt ihr anfangen, den Hubwagen durch diese Bewegung nach oben aufzupumpen. Wenn ihr fertig mit Aufpumpen seid, macht ihr den Halter in die Neutralstellung und könnt damit rumfahren. Wenn ihr an dem Ort angekommen seid und wollt die Palette ablassen, müsst ihr den Hebel nach oben ziehen und schon senkt sich der Hubwagen. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr den Hubwagen irgendwo abstellt, sei es mit Palette oder ohne Palette, dass ihr den Hubwagen in die Parkposition bringt. Dazu dreht ihr die Räder hinten einmal so rum, damit sie diagonal stehen und der Hubwagen nicht mehr nach vorne oder nach hinten rollen kann. Nachdem ihr gelernt habt, wie der Hubwagen funktioniert, geht es nun darum, wie ihr richtig mit den Paletten umgeht. Dazu nehmt ihr den Hubwagen und schiebt ihn unter die Palette, bis ihr anschlagt. Setzt den Hebel nach unten zum Pumpen. Habt ihr nun die Euro-Palette hochgepumpt, setzt ihr den Schalter in die Neutralstellung und nun könnt ihr die Euro-Palette bewegen. Es ist immer leichter, die Euro-Palette nicht zu schieben, sondern zu ziehen. Dadurch erspart ihr euch jede Menge Kraft. Wenn ihr das Problem habt, dass eine Euro-Palette schräg steht und ihr nicht hier reinkommt, könnt ihr auch seitlich an die Euro-Palette rangehen. Hier müsst ihr einfach mit etwas mehr Schmackes über die Holzbretter drüber gehen. Und wenn sie dann einmal durch ist, könnt ihr wieder anfangen, Hebel nach unten, einmal wieder nach oben pumpen, bis die Palette den Boden nicht mehr berührt. Und schon könnt ihr diese ebenso bewegen, rausziehen. Ich empfehle euch aber immer, zieht sie raus und geht dann wieder, wenn möglich, in die normale Position rein. Wenn ihr auf ein Event kommt und sollt Paletten abpacken, gibt es auch ein bisschen was zu beachten. In dem Fall haben wir es einfach. Wir haben hier eine durchsichtige Folie. Es kann aber auch oft sein, dass ihr eine schwarze Folie habt, also seht ihr nicht, was dahinter ist. Deshalb passt dabei auf, wenn ihr mit dem Cuttermesser an die Palette geht, dass ihr nicht direkt an den Kisten schneidet, vor allem wenn ihr nicht seht, was drin ist, sondern hebt euch das so ein bisschen ab, schneidet das so ein bisschen ein und immer ein bisschen weg von dem Material ziehen, damit ihr wunderbar schneiden könnt, ohne das Material, was unten drunter ist, zu beschädigen. Wenn ihr das einmal so offen habt, dann könnt ihr ganz leicht die Folie abziehen. Wichtig auch, macht kurz unten die Verknotung auch kurz ab, damit ihr beim nächsten Mal alles wieder ordentlich habt. Am besten räumt ihr den Müll immer sofort gleich weg, damit ihr nicht andere Leute stört. So, nun habt ihr gelernt, wie ihr richtig mit Paletten umgeht. Da Veranstaltungen oft exklusiv sind und nicht jeder Zugang haben soll, braucht man hier Zäune, die Gäste daran hindern, in gewisse Bereiche einzudringen. In diesem Fall bauen wir nun einen Bauzaun auf. Als erstes brauchen wir die Unterkonstruktion, also die Füße. Guckt immer am besten, wie der Plan ist oder das Gelände, was ihr abzustecken habt und setzt einfach erstmal die Steine grob hin. Ihr könnt euch merken, so ein Zaun ist ungefähr immer dreieinhalb Meter lang. Also eins, zwei, drei und einen halben. Und auch hier wieder einen gewissen Abstand lassen. Und so habt ihr eure Steine positioniert. Jetzt empfiehlt es sich, holt euch eine zweite Person dazu, die euch hilft, die Metallzäune zu tragen. Eine auf die eine, eine auf die andere Seite. Und nun immer darauf achten, dass ihr in die äußeren Löcher geht, damit ihr den nächsten Zaun in einem anderen Loch anschließen könnt. Also einmal reinstecken und zack, fertig. Das Ganze mit dem anderen Element auch. Erst reinstecken und gegebenenfalls den Fuß nochmal justieren. Somit steht euer Bauzaun erstmal da. Jetzt haben wir natürlich das Problem, es kann jederzeit jemand rangehen, hier aufmachen und durch den Zaun durchgehen. Dafür gibt es solche Schellen, die werden einfach an die Elemente angebracht. Einmal, zweimal. Schraubt das mit der Hand am besten ein bisschen fest. Wenn ihr die Schelle grob fixiert habt, nehmt euch ein passendes Werkzeug, ein Maulschlüssel oder in dem Fall hier eine Ratsche. Und mit dieser könnt ihr das Ganze einfach schön festziehen, damit auch wirklich keiner mehr das lösen kann. Nun möchte ich euch zeigen, wie ihr solche Abhängungen oder auch Werbebanner mit solchen Ösen am besten befestigt. Fangt dazu am besten immer an einer Seite an. Nehmt euch ein Kabelbinder und setzt nun das erste Kabel an. Und achtet dabei, dass es noch nicht fest zuzieht, sondern geht erst auf die ganze Strecke, die ihr aufhängen wollt, ran. Und macht es genauso. Erstmal dran. Das heißt, nicht richtig festziehen, sondern nur einmal fixieren. Als nächstes geht ihr mit einem Kabelbinder, wie ihr damit umgeht, habt ihr in einem anderen Video schon gelernt, in der Mitte dran. Und fixiert das ebenso. Auch einmal nur grob. Jetzt seht ihr, hängt es hier noch ein bisschen runter. Dann nehmt ihr dann nochmal einen Kabelbinder und befestigt das hier auch nochmal. Und auf der anderen Seite ebenso. Wenn ihr nun eure Kabelbinder alle grob dran gemacht habt, könnt ihr sie nach und nach festziehen. Aber auch hier erstmal nicht ganz festziehen, sodass ihr immer noch ein bisschen Spiel habt zum Justieren. Und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr das Ganze richtig straff ziehen, dass es ordentlich an der Kante ist. Nun habt ihr euren Banner oder den Vorhang befestigt. Und nun stellt ihr fest, nachdem ihr aufgebaut habt, dass die Laschen vom Kabelbinder hier noch raus gucken. Dann nehmt ihr einfach die Zange und knipst diese an der Kante ab. Und im nächsten Schritt oder auch schon im Schritt vorher, achtet immer darauf, dass man die Verbindungsstücke nicht nach vorne sieht, sondern dreht sie immer nach hinten. Damit das Ganze auch von vorne ordentlich aussieht. Beim Abmachen von so einem Vorhang oder auch beim Banner passt darauf auf, dass ihr immer, wenn ihr das abschneidet, am Kabelbinder abschneidet und nicht am Banner. Sonst macht ihr nämlich den Banner kaputt und da geht ihr einfach immer entlang. So, nun habt ihr euren Banner abgenommen. Achtet auch hierbei bitte darauf, dass ihr diesen wieder ordentlich zusammenräumt. So, nun habt ihr es geschafft. Ihr seid am Ende dieses Videos angelangt. Nochmal für euch kurz zusammengefasst das Wichtigste, was ihr aus dem Video mitnehmen sollt. Zerbrechliche Dinge werden vorher eingepackt, bevor sie in den Karton kommen. Beim Kartonpacken ist es wichtig, dass ihr aufpasst, damit ihr nicht über den Karton hinaus packt, damit ihr den noch prima zubekommt und eben auch das Ganze sauber stapeln könnt. Beim Stapeln einer Palette ist wichtig zu sagen, passt darauf auf, dass ihr nicht über die Ecken geht der Palette. Ebenso beim Folieren passt darauf, dass ihr beim ersten Zug unten am Holz dran seid, damit das Ganze stabil bleibt auf der Palette. Beim Abpacken der Palette ist wichtig zu sagen, dass ihr mit dem Cuttermesser aufpasst, damit ihr nur die Folie kaputt schneidet und nicht die Materialien drunter. Ihr habt die verschiedenen Funktionen eines Hubwagens kennengelernt. Hier nochmal wichtig zu sagen, bringt den beim Abstellen immer in die Parkposition, damit der nicht von alleine wegrollen kann. Ihr habt gelernt, wie man ein Kabel richtig zusammenlegt. Ebenso habt ihr das Flightcase kennengelernt. Beim Flightcase ist es wichtig, darauf zu achten, was steht oben drauf. Das heißt, was ist drin und wo ist der Bestimmungsort. Das könnt ihr auf dem Case oben ablesen und fahrt ihn dann bitte auf die Position und vergesst dort dann nicht die Bremsen festzustellen. Beim Bauzaun ist es wichtig, dass ihr die Schellen anbringt, damit keiner mehr den Bauzaun öffnen kann. Ebenso habt ihr gelernt, wie man einen Banner oder einen Vorhang anbringt. Auch hier wieder solltet ihr Fragen haben oder euch noch was unklar sein, guckt euch das Video gerne nochmal an oder fragt zur Not auch gerne in der Agentur nach. Ansonsten bleibt mir nichts viel zu sagen, außer bis zum nächsten Mal und Tschaule!